Ich dann rendern muss und hoffe mal, dass nur noch, keine Ahnung, 10 GB dabei rauskommt, maximal, wie Spaß, also ich denke mal, dass vielleicht noch maximal 1 GB dabei rauskommt, hier haben wir ein sehr schönes Render-Studio, Render-Programm, also das Camtasia-Studio, man kann ja Render-Studio und Render-Programm sagen, habe ich ja bis jetzt mitbekommen, also man kann sich dort wirklich unterschiedlich ausdrücken. So, jetzt kann man